Musik Und Frau, wie du dir jetzt dein Hände fickt? Aber das kannst du ja mit Mama! Tja, und will das können. Raus damit! So, Marvin, da braucht eine Frau wie du eine, bis sie weiß, was sie will. Gut, aber wenn du Musik machst, habe ich mir ganz gutes Geld dazu verdient für mich. Und ich habe sie auf einer CD gespielt. Kann sie noch mal viel seine Sachen auspacken? Was? Sag mal, habt ihr ja einen Vogel? Bewerfst du mich doch noch weiterhin mit ihren Infantilen Prädikaten? Das steigert ihre Serviöse in dritten Ohren! Die Ohren sind in der Sturm-Occasie! Noch was? Ja! Was? Was? Sag mal, nein! Wie meine? Mama, schau doch! Nein, Toni, jetzt echt den ganzen Treff gemolgt haben! Jetzt schau doch! Viehmeyerhofer, mein Name! Kriminalpolizei, grüß Gott! Kriminalpolizei! ärs Wennuri nicht?